Forschungsfrage ist nicht gleich Forschungsfrage. Manche Fragen eignen sich besser, um mit qualitativen Methoden untersucht zu werden, andere wiederum mit quantitativen Methoden. Jetzt sind Sie an der Reihe. Nehmen wir an, wir interessieren uns für das Thema Motivation im Online-Unterricht. Wir haben hier ein paar Forschungsfragen und möchten nun entscheiden, ob man sie besser mit quantitativer oder mit qualitativer Forschung beantworten kann. Erste Frage. Wie erleben Studierende den Online-Unterricht? Wo würden Sie das zuordnen? Ich würde diese Frage mit qualitativen Methoden beantworten. Es geht hier ganz stark um das subjektive Empfinden und Erleben, die subjektive Wahrnehmung von einzelnen Personen. Und das ist typisch qualitative Forschung. Zweite Frage. Wie motiviert sind Studierende im Online-Unterricht? Dabei handelt es sich um eine ziemlich typische quantitative Frage. Das erkennt man daran, dass es um das Ausmaß der Motivation geht. Ausmaß beinhaltet in irgendeiner Form eine Quantifizierung, also mehr oder weniger. Das heißt, so eine Frage wäre primär mit quantitativen Methoden beantwortbar. Jetzt fange ich einmal an. Was motiviert bzw. demotiviert Studierende am Online-Unterricht? Wo wollen Sie es zuordnen? Also das gehört ganz klar mir. Das liegt daran, dass es hier darum geht, etwas herauszufinden, über das wir noch sehr wenig wissen. Wenn wir noch keine Ahnung haben, was es eigentlich ist, was die Motivation steigen lässt, was demotiviert, dann wird es sehr schwierig, das quantitativ zu erforschen. Qualitative Forschung hingegen hat genau das zum Ziel, auch Aspekte zu berücksichtigen, an die wir vorher noch nicht gedacht haben. Nun für die nächste Frage. Unterscheidet sich die Motivation im Online-Unterricht von der Motivation im Präsenzunterricht? Das ist eine ganz klar quantitativ beantwortbare Frage. Und zwar deshalb, weil es um den Vergleich zwischen zwei Gruppen geht. Also es geht um Vergleiche, wiederum Ausmaß der Motivation. Bereit für die nächste Frage? Gibt es einen Zusammenhang zwischen technischer Affinität und der Motivation im Online-Unterricht? Wo würden Sie es hingeben? Das ist tatsächlich auch eine klassisch-quantitative Frage, weil es um den Zusammenhang zwischen zwei Aspekten geht. Das heißt auch, ob höhere Motivation zum Beispiel mit höherer technischer Affinität einhergeht. Sprich, es geht wieder implizit um Ausmaßeinschätzung. Hast du noch eine Frage? Ja, ich habe eine letzte Frage. Welche Rahmenbedingungen spielen eine Rolle für die Motivation im Online-Unterricht? Wie sich alle jetzt schon denken können, gehört das natürlich auf diese Seite. Diese Frage zielt stark auf den Kontext ab, auf die Rahmenbedingungen, in denen Menschen handeln, in denen Individuen ihre Entscheidungen treffen. Und dieses Kontextuelle, dieses den Fall in seinen ganzen Bedingungen anschauen, ist ein typisches Merkmal qualitativer Forschung. Insgesamt kann man sehen, in der quantitativen Forschungsfrage geht es um Ausmaß oder Häufigkeit. Es geht potenziell um Unterschiede oder Zusammenhänge. Das heißt, das sind Hypothesen, die geprüft werden könnten. Man kann sehen, in der qualitativen Forschung geht es stark um die Innensicht der Handelnden und um die Rahmenbedingungen, in denen ihr Handeln stattfindet. Zudem kann man Aspekte mit aufnehmen, die einem vorher nicht bekannt sind, über die man noch sehr, sehr wenig weiß. Wie Sie sehen, beziehen sich all diese Fragen auf ein und dasselbe Thema. Das heißt, grundsätzlich, wenn man über das Thema Bescheid wissen will, sollte man eine Mischung aus solchen Fragen beantworten. Das heißt, der Königsweg wäre eigentlich immer diese beiden Zugänge nach ihren Stärken auch zu kombinieren. Ja, das ist eine Mischung, die die in den Köpen vermindern. Das heißt, das sind die Mischungen ו겼innen. Das heißt, das ist nicht einguard لا immer. Also, ich freue mich auf die Mischung. Jäublein wird, da bin ich in den Eichung. Du bist ja, der König auf die Worte des Z報dolgen. Und ich freue mich auf die Mischung. Das heißt, ich freue mich auf die Mischung. Nogg-Sch되ge ich ein bisschen zu spielen.